Musik Ziemlich genau ein Jahr nachdem JVC sehr erfolgreich mit den Modellen X3, X7 und X9 in Erscheinung getreten ist, kommen jetzt schon die Nachfolgegenerationen auf den Markt. Diese haben nicht nur eine Null in der Modellbezeichnung hinzugewonnen und hören jetzt auf den Namen X30, X70 und X90, sondern kommen auch mit einigen interessanten Features, obwohl die grundsätzliche Basis gleich geblieben ist. Eines der neuen Features ist beispielsweise der Lens Memory. Das kennen einige vielleicht schon von diversen Panasonic Modellen. Hier hat man dann die Möglichkeit, das Bildformat an die Leinwand vollautomatisch anpassen zu lassen. Sehr innovativ und momentan einzigartig in dieser Preisklasse ist aber die sogenannte E-Shift-Panel-Technologie, die die Modelle X70 und X90 mitbringen. Hier wird eine 4K-Auflösung zwar nicht nativ geboten, aber in Bezug auf die effektive Pixelanzahl sehr wohl realistisch simuliert. Und das Schöne dabei ist, während es richtiges natives 4K-Material für den Endanwender ja noch lange nicht gibt, ist diese Technologie in den Projektoren in der Lage, jedes Full-HD-Signal auf 4K hochzurechnen und entsprechend auszugeben. Darüber hinaus verspricht der Hersteller auch noch zahlreiche Verbesserungen in der Light Engine sowie einigen anderen Periphery-Boards, sodass wir insgesamt mehr Helligkeit, mehr Kontrast, sprich eine bessere Bildqualität haben. Wie die Vorgänger auch, beherrschen natürlich auch die neuen Geräte 3D. Dieses Mal angeblich sogar noch ein bisschen besser. Nicht nur, weil JVC mehr Helligkeit verspricht, sondern es gibt auch komplett neue Brillen. Es gibt einen 2D-3D-Converter und einen Crosstalk-Reducer. Den Test führen wir übrigens mit meinem eigenen X90 durch, den ich mir im Dezember für Kundenvorführungen angeschafft habe. Gerne hätte ich diesen Testbericht auch schon früher ins Netz gestellt. Allerdings war die Erstauslieferungs-Firmware leider noch ziemlich buggy, sodass ich noch ein bisschen gewartet habe. Bevor wir loslegen, noch kurz eine Info zum Preis. Obwohl wir hier sehr viele neue Features haben, hat JVC erfreulicherweise nicht an der Preisschraube gedreht. Der X90 kostet genau die gleichen 9.990 Euro wie auch der X9 vorher. Ein bisschen, was muss man noch draufrechnen, wenn man 3D-Hardware haben möchte. Da sind so circa 400 Euro für zwei Brillen und den Emitter. Und ja, wollen wir mal gucken, was das Ganze in der Praxis wirklich kann. Beginnend mit einem Blick aufs Gehäuse bzw. der Verarbeitungsqualität. Viel Spaß! 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 Wenn Sie die Vorgängergeneration kennen, haben Sie gerade eben höchstwahrscheinlich keinen sonderlich großen Überraschungsmoment erlebt, denn X30, X70 und auch hier der X90 benutzen exakt die gleichen Gehäuse wie Ihre Vorgänger. Das ist okay, Verarbeitungsqualität und auch die Lackierung sind auf einem hohen Niveau, geben keinen Anlass zur Kritik. Wer mehr möchte, wer Aluminiumgehäuse haben möchte, der muss schlichtweg ein paar tausend Euro mehr in die Hand nehmen und in einer höheren Preisklasse was kaufen. Zwei kleine Kritikpunkte gibt es hier trotzdem. Zum einen ist die Objektivabdeckung etwas zu laut geraten und zum anderen gibt es die Modelle X70 und X90 leider nur in der schwarzen Ausführung, die ich jetzt hier gerade gezeigt habe. Das ist für mich okay, ich hänge mir das Ding ins Heimkino, aber wer halt eben was fürs Wohnzimmer sucht, der kann bei JVC dann eigentlich nur den X30 nehmen, den es dann eben alternativ auch in weiß gibt. Da spart man zwar ein paar tausend Euro, aber gleichzeitig sind auch die Features ein bisschen abgespeckt, sodass er zum Beispiel auch kein 4K-Shifting beherrscht. Da der X90 schon im selben Gehäuse wohnt wie sein Vorgänger, überrascht es nicht, dass wir hier letztendlich auch denselben technischen Grundaufbau haben. Mit einer DILA-Technik, also das heißt ein DILA-Chip für jede der drei Grundfarben, Rot, Grün, Blau, wo dann über reflektierende Minispiegel das Licht generiert wird. Also hier wird praktisch kein LCD-Panel durchleuchtet, sondern mit Lichtspiegelungen gearbeitet. Dazu später noch ein ganz klein bisschen mehr. Wenn man sich im Detail anschaut, was der Projektor zu bieten hat, haben wir hier dieselbe 220 Watt UHP-Lampe mit denselben 3000 Maximalbetriebsstunden wie auch der Vorgänger. Und auch hier in der Signaleingangsplatine kommt letztendlich dasselbe Board zum Einsatz wie im Hauptnetzteil, wo die Primärspannungen erzeugt werden. Gleichzeitig soll der X90 aber natürlich auch viele Detailverbesserungen und Optimierungen mitbringen. Laut technischem Datenblatt ist er zum Beispiel in der Lage, den nativen Kontrast um 20.000 auf jetzt 120.000 zu 1 hochzuschrauben. Ein kleines Detail wäre zum Beispiel eine Optimierung des Wiregrids auf dem Lichtverteiler zwischen der Lampe und dem Bildobjektiv. Insgesamt soll der X90 auch ein bisschen heller sein, aber, und das ist wichtig, das bezieht sich dann letztendlich auf den richtig kalibrierten Zustand. Denn rein vom technischen Datenblatt hat der X9 sogar noch 100 Ansilumen, nämlich 1300 mehr als der mit 1200 Ansilumen angegebene X90. Das Objektiv selber besitzt einen Zweifach-Zoom und wird hier über diese kleine Platine gesteuert. Genauso wie auch im Bereich Fokus, Zoom und Lensshift erfolgt ja alles komplett elektronisch über Motoren, kann man bequem mit der Fernbedienung machen und im Fall vom X90 ja sogar mit dem Lensmemory. Wie das genau funktioniert, zeige ich Ihnen dann nachher. Interessant ist auch, dass der Lensshift hier relativ groß ausfällt. Wir haben 80 Prozent, die man das Gerät in der Horizontalen schieben kann und knapp über 30 in der Vertikalen. Und das bringt dem Gerät eine sehr große Variabilität mit. Also man kann es fast überall aufhängen, sowohl bei kurzen als auch bei langen Distanzen funktioniert das Gerät einwandfrei. Dazu aber noch ein genereller Tipp. Ich habe festgestellt, und da passt auch der X90 rein, dass die meisten Beamer bei einer möglichst großen Entfernung an die Decke montiert werden sollten, weil hier einfach etwas mehr Bildschärfe generiert wird, wenn das Objektiv im Telebetrieb arbeitet. Andererseits kostet das dann wiederum etwas Helligkeit. Also das muss man immer abwägen. Ich habe mich dazu entschlossen, die Projektoren deswegen auch bei mir hier im Studio relativ weit hinten zu montieren. Kommen wir wieder zurück zur eigentlichen Light Engine. Hier innerhalb von diesem Bereich, da haben wir die Ansteuerung der 3D-LA-Chips. Diese Chips selber befinden sich logischerweise direkt in der Light Engine. Die werden ja mit dem Licht angestreut, aber diese wichtige Ansteuerung, die erfolgt hier. Jetzt haben wir das Board mal ausgebaut. Kann man hier mal drauf gucken. Und wenn man dann mal hinter dem abgenommenen Board in diesem Bereich schaut, da sieht man hier den Zugang zu dieser sogenannten E-Panel-Technologie, die sich ja ebenfalls in der Light Engine befindet. Vom Grundprinzip ist diese E-Shifting-Technologie gar nicht mal so kompliziert, wie es sich vielleicht zunächst anhört. Der X90 besitzt drei D-LA-Chips und jeder davon ist mit einer Full-HD-Auflösung versehen. Das heißt, der Projektor ist de facto kein richtiger nativer 4K-Projektor, wie zum Beispiel von Sony der VPL-VW1000. Der Trick liegt nur darin, dass JVC bei dem Modell zwischen dem Prisma und dem Objektiv ein zusätzliches Glas implementiert hat. Dieses Glas wird nicht bewegt und bewirkt auch keinen Helligkeits- oder Kontrastverlust. Aber es ändert den internen Lichtbrechungswinkel mit dem Maß an durchfließendem Strom. Der Projektor ist also praktisch in der Lage, durch gezielte Spannungen in dieser Glasscheibe das durchprojizierte Bild um einen halben Pixel in der vertikalen und horizontalen zu shiften. Und genau das ist ja schon der ganze Trick an der Sache, denn jetzt wird einfach hochgerechnet durch die interne Bildverarbeitung, wie ein entsprechendes 4K-Bild des eingehenden Full-HD-Signals aussehen soll. Und dann wird sequenziell, also praktisch nacheinander, ein richtiges Full-HD-Bild projiziert und dann nochmal ein Bild, welches leicht versetzt ist. Und durch die Trägheit des menschlichen Auges nehmen wir dann beide Bilder, die ja eigentlich immer nur nacheinander auf dem Bildschirm zu sehen sind, als ein ganzes war. Also der Projektor schickt nie ein 4K-Bild auf die Leinwand, sondern im 120-Hertz-Raster immer ein normales Full-HD-Bild und dann ein geschiftetes Full-HD-Bild. Und das ist dann eben zusammen das 4K-Bild. Von der reinen Wahrnehmung soll das trotzdem der richtigen Qualität entsprechen. Und man darf nicht vergessen, wir haben bei der Sache einen riesen Vorteil. Die 4K-Technologie funktioniert mit sämtlichen Full-HD-Materialien. Denn was würde uns ein nativer 4K-Projektor wirklich bringen, wenn entsprechende Software noch lange nicht in Sicht ist? Und die ganze Ansteuerung jener Technologie, die erfolgt hier in dem Bereich über diese mehrstöckige Platinenlandschaft, die auch jetzt deswegen wegen dieser E-Shifting-Technologie gegenüber den Vorgängern deutlich aufgestockt wurde. Hier findet dann neben dem E-Panel-Shifting, also praktisch das Hochrechnen auf 4K und das Steuern dieser Glasscheibe, zum Beispiel auch das Clear Motion Drive, das ist die Bewegungsinterpolation oder zum Beispiel auch die ganze 3D-Verarbeitung statt. Und bei dem Thema können wir auch gleich bleiben, denn erfreulicherweise ist auch der X90 3D fähig. Man muss sich diesen Emitter mit dazu kaufen, der übernimmt dann via Infrarot den Sync zwischen Brille und Projektor. Und während der Emitter der gleiche geblieben ist, hat JVC neue Brillen jetzt im Angebot. Die sehen so aus und fallen gegenüber den Vorgängermodellen, ich zeige das jetzt mal hier kurz in diesem Clip, deutlich leichter und somit auch wesentlich bequemer aus. Allerdings geht das ein bisschen auf Lasten der eigentlichen Bildgröße, sprich die Brillen sind deutlich kleiner geworden. Dafür besitzen sie jetzt auch einen integrierten Akku, bis zu 40 Stunden Laufzeit, werden dann über USB aufgeladen. Soviel zur reinen Peripherie. JVC verspricht eine sehr hochwertige 3D-Wiedergabe über eine exakte Frame-Adressierung und hat auch jetzt gegenüber den Vorgängern einige zusätzliche Software-Features zur Optimierung des Crosstalks beziehungsweise der Farboptimierung im 3D-Betrieb mit in das Menü hineingepackt. Das gucken wir uns aber nachher noch an. Jetzt zum Schluss im technischen Part werfen wir nochmal einen Blick auf die Anschlüsse im hinteren Bereich. An Signalanschlüssen bietet der JVC DL-AX90 2x HDMI, 1x Component und einen PC-Monitoreingang. Also im Prinzip alles, was man braucht. Zwar nicht extrem opulent, aber das ist im Wesentlichen schon in Ordnung. Interessant ist die Tatsache, dass wir hier außerdem noch eine Netzwerkschnittstelle, einmal RS-232, einmal Schwieger und einen Fernbedienungseingang haben, sodass man den Projektor sehr flexibel in verschiedene Steuerungssysteme integrieren kann. Soviel jetzt mal zum groben technischen Aufbau des X90. Gucken wir nochmal ganz kurz in das Gerätemenü rein. Ich werde es jetzt allerdings ein bisschen kompakter abhändeln, sonst haben wir hier nachher einen abendfüllenden Film, der nicht sonderlich spannend wird. Also das bringt nichts. So, jetzt gerade mal zur Seite. Menü besteht aus im Prinzip fünf Hauptfunktionen und entspricht dem des Vorgängers im Wesentlichen. Fangen wir mal ganz kurz hier bei der Information an. Ganz wichtig, mein Review bezieht sich auf die Softwareversion 28056. Das ist zum einen wichtig, um entsprechende Bildeindrücke, aber auch Features nachvollziehen zu können, denn die ändern sich je nach Firmware dann doch relativ stark. Mit der vorherigen Firmware gab es zum Beispiel sehr viele Bugs, gerade im Bereich der Konvergenzfeineinstellung. Die konnten nicht richtig abgespeichert werden. Jetzt zum Beispiel mit der Softwareversion bin ich mit der 3D-Darstellung nicht so richtig happy. Dazu kommen wir später noch. Also das nur als wichtiger Hinweis. Dieses Review bezieht sich auf Softwareversion 28056. Im Übrigen an der Stelle auch gleich die Kritik an JVC. Es ist leider viel zu kompliziert, den Projektor abzugraden. Normalerweise, gerade bei RV-Receiveren kennt man das, man geht ins Menü, sucht sich die Funktion raus, das Gerät verbindet sich mit dem Internet und zieht sich die Sachen selber runter. Und obwohl der X90 selber eine Netzwerkbuchse hat, geht das hier nicht so. Man muss vom Rechner aus die Firmware runterziehen, auf ein Notebook kopieren, mit dem Notebook zum Projektor gehen, die direkt mit einem Kabel verbinden, spezielle Netzwerkeinstellungen vornehmen und dann ein Firmware-Update-Programm benutzen, um das hochzujagen. Ich meine, ist kein Hexending, aber es ist viel zu aufwendig, wenn man da extra mit dem Notebook durch die Gegend wackeln muss, um da irgendwelche Einstellungen zu ändern. Das geht eigentlich leichter, aber fairerweise, es ist bei den meisten anderen Projektoren auch nicht viel besser. So, Funktionseinstellungen, da haben wir nichts Spezielles dabei, dürfte keinen überraschen. Display-Konfiguration, ebenfalls nicht schön ist halt eben, dass wir hier auch alles in Deutsch haben. Wer sich eine andere Sprache wünscht, der darf sich da ebenfalls aus einer reichhaltigen Auswahl bedienen. Aber das ist eigentlich relativ egal. Interessant wird es jetzt hier im Bereich der Optikeinstellungen. Denn Fokus, Zoom, Bildverschiebung, das alles kennt man schon, aber jetzt neu bei dieser Projektor-Generation von JVC haben wir hier den Bereich Optikposition. Und das ist letztendlich der Lens-Memory. Der ist auch genauso zugänglich über eine Direktwahltaste auf der Fernbedienung. Und Optikposition wählen bedeutet, dass ich mir jetzt hier einen Preset machen kann für im Prinzip sämtliche Bildparameter, was jetzt die Installation betrifft, also den Lens-Shift, den Zoom und den Fokus. Jetzt haben wir hier schon 16 zu 9 auf der Leinwand. Ich wähle jetzt mal hier den 21 zu 9 Modus aus. Und wir sollten danach diesen 21 zu 9 Bereich groß gesoomt haben. Und ich werde jetzt mal ganz kurz meine Leinwand entsprechend umstellen. Denn ich habe das Glück, hier eine vollmaskierbare Leinwand einzusetzen. Und dann sehen Sie, dass eben dieser Bereich jetzt richtig hingesoomt wird. Es wird millimetergenau umgesetzt, sehr genau. Das ist zum Beispiel auch ein Feature, was vorher mit der alten Firmware nicht richtig funktioniert hat. Und jetzt einwandfrei klappt. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Mit einem Druck auf den entsprechenden Knopf kommt die Position zum Wählen, beziehungsweise das Menü. Und beim zweiten, na, wo haben wir es? Hier kann ich es mir jetzt abspeichern. Es gibt drei Speicherbänke, sodass man da eigentlich eine relativ gute Auswahl hat. So, Name brauchen wir nicht. Jetzt wählen wir wieder 16 zu 9 und gehen wieder zurück. Also das erfolgt jetzt auch in Echtzeit. Ich werde jetzt hier nicht nachträglich im Video irgendwas beschleunigen. Also man muss ein paar Sekunden warten. Was ich jetzt hier sehr schön sehe, auch die Feineinstellung der Schärfe wird exakt an dem Punkt getroffen, wie ich es mir jeweils eingestellt habe. Also das funktioniert sehr gut und für mein Empfinden auch ein bisschen besser, als ich das jetzt bei vergleichbaren Projektoren von Panasonic gesehen habe, was die Einstellgenauigkeit betrifft. So, gehen wir wieder ins Menü. Eine weitere Besonderheit. Fernbedienung brauchen wir jetzt nicht mehr. Eine weitere Besonderheit haben wir hier im Bereich der Pixeleinstellung. Nun, da brauche ich ein Bild im Hintergrund. Kleiner Moment. Geben wir mal was drauf. Jetzt müsste da gleich was kommen. Nehmen wir uns mal hier auch gleich ein Testbild. Dann hat das Ganze ein bisschen Format. Man sieht ein bisschen was. Also, gehen wir jetzt nochmal hier in die Pixeleinstellung rein. Denn der Beamer gibt uns die Möglichkeit, die Konvergenz im Prinzip perfekt einzustellen. Wenn ich mir jetzt hier das Ganze auf Zone definiere, dann kann ich hier unten unter Anpassung innerhalb von diesem Drahtgitter verschiedene Zonen selektieren. Sieht man jetzt hier, das ist jeweils eine Zone. Ich wähle jetzt mal eine. Also, wir nehmen jetzt mal diese Zone hier. So, und jetzt kann ich hier unten in dem Menü, geht es da gerade mal zum Beispiel auf Rot, und dann können wir jetzt hier die verschiedenen Balken einfach ein bisschen verschieben, um danach eine perfekte Konvergenz in jedem Farbbereich zu erlangen. Und das ist eine große Besonderheit und war auch noch nicht in dieser Form im Vorgänger integriert. So, dann gehen wir wieder zurück. Hier Deckenmontage etc. Das hat jeder Beamer. Also, da brauche ich jetzt nicht groß eingehen. Ich kann hier übrigens noch einen, das ist interessant hier, einen Anamorphoten definieren, sodass dann das Bild entsprechend umgerechnet wird. Also, wenn ich jetzt eine anamorphotische Vorsatzlinse hätte, das sieht man jetzt hier, wird das Bild vom Format entsprechend so umgerechnet, dass es mit dem Anamorphoten dann wieder passt. Aber ganz ehrlich, da ich persönlich von Anamorphoten eh nicht viel halte und noch keinen richtig guten gesehen habe, der sehr viel Schärfe und eine gute Konvergenz erlaubt, halte ich es jetzt nicht für so wichtig, aber wer entsprechende Präferenzen hat, der wird sich über die Möglichkeit hier freuen. Hier kann ich noch verschiedene Leinwandtypen einsetzen beziehungsweise definieren und den Schwarzwert nochmal überprüfen. Das können wir mal ganz kurz machen, wobei es jetzt auch nicht so spannend ist, aber wenn der Raum jetzt komplett dunkel ist, habe ich dann hier die Möglichkeit nochmal zu sehen, was die dunkelste Farbe ist, die ich wirklich hier darstellen kann, wie die ausschaut. So, im Bereich Eingangssignal haben wir jetzt im Prinzip auch nichts Spezielles, außer hier unten 3D-Einstellung. Denn hier könnte ich jetzt die 2D-3D-Wandlung aktivieren, die der Projektor anbietet. Geht übrigens auch wieder über eine direkte Taste auf der Fernbedienung. Und ja, zusätzlich haben wir jetzt hier noch die Funktion der Parallaxen-Definition sowie der Crosstalk-Kompensation. Allerdings würde ich darauf gerne später nochmal eingehen, wenn wir dann wirklich mit richtigem 3D-Material arbeiten. Ja, und zu guter Letzt, das wird jetzt niemanden überraschen, haben wir die eigentlichen Bildeinstellungen. Die fallen hier sehr umfangreich aus, fast schon zu umfangreich, wie ich finde. Wir haben mitgeliefert 2, 4, 6, 7 Bildmodi und dann nochmal 5 Speicherbänke für eigene Einstellungen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal den Bereich Film auswähle, werden Sie ein Klacken hören. Ich hoffe, das kommt über das Mikrofon halbwegs rüber. Das ist eine reingeschobene Farblende, die einen erweiterten Farbbereich bieten soll. Ich gehe mal ganz kurz hier nochmal aus dem Menü raus. Na, falsche Taste gedrückt, kommt auch mal vor. Hallo, jetzt Zettel. So, also sieht man dann hier, dass wir eine deutliche Überstrahlung im roten Bereich haben für einen erweiterten Farbbereich. Dann kann man hier noch fein kalibrieren. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Natural gehe, wird die Blende wieder weggeschoben und hier dieser rote Bereich, der erscheint dann ein bisschen differenzierter, aber weniger intensiv. Also das ist zum Beispiel eine dieser Voreinstellungen. Aber ansonsten haben wir im Menü noch verschiedene Farbprofile und da sieht man auch den Bereich Adobe, denn der Projektor ist in der Lage, den erweiterten Farbbereich von Adobe wiederzugeben, was natürlich gerade für ambitionierte Fotografen eine hervorragende Sache darstellt. Aber da das jetzt in unserem Beispiel relativ wenig bringt, gehen wir wieder zurück. Farbtemperatur, Gamma, Dark Bright Level ist sehr interessant. Ich kann definieren, wie die Helligkeit in sehr dunklen und weniger dunklen Bildbereichen ausfallen soll, ohne dass ich jetzt die direkten hellen Bildbereiche damit beeinflusse. Also praktisch keine direkte Gamma-Einstellung, aber gerade im 3D-Betrieb kann ich hier so ein bisschen die Brille ausgleichen. Das ist eine sehr gute Sache. Aber, na, jetzt ist es klar. Aber zusammen mit der Helligkeitskorrektur, die wir hier unten dann nochmal haben, für Weiß, Rot, Grün, Blau und der generellen Helligkeit, merken Sie schon, man hat teilweise vier bis fünf Parameter, die letztendlich die gleichen Eigenschaften behandeln. Und da muss man schon aufpassen, dass man da mit den Einstellungen nicht irgendwo durcheinander kommt. Wir haben jetzt hier Farbe, Farbton, das ist noch okay, das kennt man. Unter Erweitert habe ich dann die Möglichkeit, hier unter der Farbverwaltung da nochmal selber Hand anzulegen und hier also wirklich für jede Farbe selber hier nochmal Farbton, Sättigung, Helligkeit. In dem anderen Menü könnte ich nochmal den Gain und den Offset für jede Grundfarbe einstellen, sodass man einen perfekten definierten Weißpunkt hat. An der Stelle merkt man dann eben auch, ein Projektor ist mal nicht so eben schnell eingestellt. Es empfiehlt sich hier entweder, dass man sich selbst sehr mit der Materie auseinandersetzt oder einen Fachhändler mit ins Boot holt, der dann, und das ist sehr wichtig, vor Ort die Kalibrierung vornimmt und nicht irgendwo bei sich im stillen Kämmerlein. Denn der Einfluss von der Raumumgebung, von der Leinwand, überhaupt schon vom Abstand des Projektors, vom benutzten Lensshift, ist so groß, dass eine Fernkalibrierung zwar sicherlich nicht schlecht ist, aber eigentlich nie ein Optimum darstellen kann. So, gehen wir hier wieder raus. Na, ich benutze Clear Motion Drive, da gehen wir nachher noch drauf ein. Das ist die Bewegungsinterpolation, praktisch das Hinzurechnen von zusätzlichen Bildern. Und ansonsten haben wir hier eben noch die Definition der Optik und der Lampe, was jetzt die Helligkeit betrifft, den Lampenstrom etc. Jetzt endlich können wir uns den eigentlichen Bildeigenschaften widmen und ich werde probieren, dieses Medium, also diesen Videoclip dafür zu nutzen, Ihnen das Ganze möglichst praxisnah zu vermitteln. Also Sie sollen den Eindruck bekommen, neben mir hier auf der Couch zu sitzen und das Gerät in einer Art und Weise kennenzulernen, wie es auch bei Ihnen in Ihrem Heimkino der Fall ist. Also ich verzichte deswegen auf Vorträge über Gamma-Kurven oder Foot-Lambert-Messungen, denn meiner Meinung nach gibt es solche Sachen schon zur Genüge und ich probiere es hier einfach mal einen etwas anderen Ansatz aus. Im Übrigen beziehe ich jetzt sämtliche Eindrücke auf den kalibrierten Zustand meines Projektors, denn es bringt wenig, wenn ich Ihnen jetzt hier präsentiere, wie das Gerät bei mir an der Decke mit irgendwelchen Factory-Defaults arbeitet, ob wir zu viel Grün, Blau oder sonst was haben. Wir haben zum einen Serienschwankungen und gerade bei Beamer und einen sehr großen Einfluss der kompletten Peripherie. Angefangen von den vorgeschalteten Quellgeräten bis zur Raumumgebung, was jetzt Reflexionen betrifft und dann natürlich noch das Thema Leinwandgröße, Projektionsabstand, Tuchbeschaffenheit etc. Also deswegen habe ich das Ganze gleich perfekt eingestellt und dann gucken wir einfach, was das Gerät unter optimalen Bedingungen zu leisten vermag. Und deswegen auch noch kurz den Hinweis an dieser Stelle. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie sich Ihren Projektor vor Ort unbedingt selbst einstellen. Also am einfachsten geht es mit Büros Referenz Testbildern. Die benutzen wir nachher hier ebenfalls zum Testen. Da können Sie mit 10% Aufwand 90% der maximalen Performance rauskitzeln oder Sie lassen sich eben einen Fachmann kommen, der das vor Ort einmisst. Mache ich bei meinen Kunden auch so. Und Sie sollten lediglich darauf achten, dass Sie jetzt nicht einfach irgendeinen fernkalibrierten Projektor von einem Versandhändler kaufen, darauf vertrauen, dass der das schon gut gemacht hat. Sie klatschen sich das Ding an die Decke und hinterfragen nicht, was der da für Sie eingestellt hat. Das bringt so gut wie gar nichts. Der kann ja gar nicht wissen, welche Raumumgebung, welches Tuch, welcher Projektionsabstand. Es macht zum Beispiel schon allein einen Unterschied, welchen Lens-Shift-Faktor Sie benutzen, ob das Bild links oder rechts ist. Auch danach richtet sich noch mal ein bisschen die Helligkeit. Also hier bitte darauf achten. Aber soviel jetzt mal zur Vorbereitung. Jetzt fangen wir mit den Testsequenzen an. Wie schon erwähnt, werden wir zum einen Referenztestbilder aus dem Hause Burasch benutzen. Die sind in dem Bereich Marktführer und bieten mir sehr anspruchsvolle Sequenzen an, sämtliche Parameter vom Projektor perfekt zu testen. Und zum Zweiten werden wir dann natürlich auch den Brückenschlag zur eigentlichen Praxis suchen und richtiges Filmmaterial, aber auch insbesondere ein paar Konsolenspiele testen. Den Beginn machen wir hier mit einem Testbild über die Bildkonvergenz. Und hier sehen wir jetzt zwei Sachen schon mal sehr schön. Zum einen ist die Konvergenz der einzelnen Kanäle hervorragend gelungen. Das heißt, wir haben hier bei dem weißen Gitterraster keine grünen, blauen oder roten Linien, die da irgendwie groß abweichen. Sprich, die Konvergenz der drei Farbchips ist bei dem Beamer hervorragend. Nicht unbedingt vielleicht out of the box, da hatte ich hier auch noch kleine Abweichungen, aber mit der vorhin gezeigten Zonenkorrektur kann man das wirklich perfektionieren. Und da ist das Wort perfekt jetzt wirklich nicht zu hoch gegriffen, denn man kann es wirklich zu 100% einstellen und hat dann in diesem Sinne ein absolut fehlerfreies, 100%ig scharfes Bild. So, jetzt hüpft mir das Testbild wieder weg. Ich rufe es noch mal kurz auf. Und zum Zweiten, was hier ebenfalls sehr positiv auffällt, wir haben, was die Gesamtbildgeometrie betrifft, keinerlei Verzerrungen, Trapez- oder Kisseneffekte. Also der Beamer arbeitet sehr gleichmäßig, was die Bildgeometrie betrifft und neigt nicht dazu, irgendwelche Fehler mit einzubauen. Das ist schon mal eine sehr wichtige Grundlage. Und jetzt können wir mit dem nächsten Testbild weitermachen, wo wir dann mal so Richtung Farbe gehen. Allerdings jetzt nicht, um Kontrast etc. zu bewerten, sondern wirklich, wir fangen bei den Basics an, nämlich das Thema Shading. Das hatte ich schon bei relativ vielen Projektoren, insbesondere bei meinem Dreambee von ein paar Jahren. Und zeigt also praktisch, dass auch die ILA-Projektoren davon betroffen sein könnten. Hier ist es jetzt erfreulicherweise nirgends der Fall. Ich skippe da jetzt mal schnell durch. Also gelb ist einwandfrei. Man sieht auch hier die Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung. Finde ich persönlich sehr wichtig. Und wie gesagt, ist leider nicht bei allen Beamern selbstverständlich. Aber wie schon bei der Konvergenz, zeigt der X90 hier keinerlei Schwächen und bietet schon mal eine sehr solide Basis. Jetzt wird es schon deutlich herausfordernder. Wir haben jetzt das Color Ramp Testbild, wo es darum geht, feine Farbverläufe gleichmäßig und ohne Treppchen- bzw. Blockbildung zu generieren. Und da habe ich bis jetzt noch kein einziges Gerät kennengelernt, welches hier nicht irgendwo ein bisschen in Stolpern gerät. Aber man sieht schon hier auf dem ersten Testbild im Bereich Rot, Dunkelrot, eine hervorragende Leistung ohne jegliche Artefakte. Jetzt hier im grünen, auch wieder im oberen Bereich, wo es dunkler wird, kann man ganz leicht das Bending erkennen, aber wirklich sehr minimal. Im blauen ist wieder absolut alles einwandfrei. Also hier gerade zum Beispiel der SIM-2-Projektor macht hier schon deutlich mehr Fehler. Und viele Plasma-Fernseher oder auch LCD-Geräte schneiden hier wirklich bei dem provozierenden Testbild richtig mies ab, während das jetzt zum Beispiel ebenfalls perfekt abgebildet wird. Also da ist der Beamer eigentlich noch mit der beste, den ich je gesehen habe, muss ich gerade sagen. Jetzt könnte ich es hier ganz leicht oben in dem Blaubereich erkennen. Also der Beamer hat ein sehr, sehr gutes Farbmanagement und ihm gelingen diese Farbvorläufe mit höchster Differenzierungskunst. Jetzt ganz leicht kann man es hier in dem lila Bereich wieder sehen, aber das ist wirklich so gut, dass man hier wirklich schon die Bestnote zücken kann. Also kurz und knapp formuliert, der X90 ist zwar auch nicht ganz perfekt, aber deutlich näher dran als alle anderen Projektoren, selbst deutlich teurere, was dieses synthetische und sehr herausfordernde Testbild betrifft. So, jetzt haben wir natürlich immer nur einzelne Farbvorläufe gesehen und deswegen werfen wir jetzt mal einen Blick da drauf, wie denn der Beamer die Farbbalance in den verschiedenen Spektren untereinander hinbekommt. Da wechsle ich jetzt mal kurz hier das Testpattern und hier haben wir ein sehr schönes Testbild zu dem Zweck. Ich muss jetzt mal kurz auf Pause drücken, sonst verschwindet das wieder. So, und hier kann man sehr schön erkennen, dass die soeben gezeigte Differenzierung auch gleichzeitig bei diesen verschiedenen Farbbalken auf einem sehr hohen Niveau liegt. Und um mal zu zeigen, wie denn jetzt die anderen Bildmodi hier ausfallen, habe ich jetzt mal hier zum Beispiel den Filmmodus. Der aktiviert diese rote Blende, die wir vorhin schon mal erwähnt haben, um den erweiterten Farbbereich zu simulieren, den man im Kino hat, der aber momentan noch nicht auf Blu-ray von den Filmemachern unterstützt wird, obwohl man es eigentlich technisch könnte. Ja, man sieht dann hier auch relativ deutlich und sehr schön, dass gerade das Rot jetzt eine völlig andere Färbung bekommen hat. Auch die grünen und blauen Farbbalken sind mit einer anderen Sättigung und Farbintensität versehen, während interessanterweise deswegen allerdings nicht das komplette Bild jetzt in ein Rot getündigt ist. Also wir haben immer noch das Reinweiß unten, das ist davon unbeeinflusst, genauso wie auch die Helligkeitsabstufung im oberen Bereich. Und das ist so ein bisschen der Sinn von dem Filter, dass man letztendlich probiert, die Farben, gerade Rottöne, etwas prägnanter, etwas weitreichender darzustellen. Also kleiner Tipp, probieren Sie mal den Film Cars anzuschauen. Oder es gibt eine Szene bei Fifth Element, wo ein McDonalds-Logo im Hintergrund zu sehen ist. Und wenn Sie solch einen Projektor haben, schieben Sie da mal die Blende rein, einfach hier auf den Filmmodus drücken, da ist es so standardmäßig draufgelegt. Und dann haben Sie interessanterweise dieses McDonalds-Logo eigentlich in der dann richtigeren Farbe, während die normale Blu-ray-Abmischung eigentlich etwas zu hell und zu blass ist. Und genau das ist halt so der Punkt, wo man sich überlegen kann, möchte man diesen erweiterten Farbraum aus dem Kino simuliert haben oder nicht. Das ist Geschmackssache. Manches Mal funktioniert es ganz gut. Also gerade Hauttöne, dieses Orange, kann dadurch in vielen Filmen durchaus nochmal verbessert werden. So, also soviel mal zu dem Filmmodus. Hier erkennt man jetzt sehr schön, dass der 3D-Modus wie bei allen Projektoren auf einer Farbtemperatur von 8500 Kelvin basiert, um die Brillengläser für den 3D-Betrieb auszugleichen. Der X90, genau wie auch der X70, ist auch TRX-Zertifiziert, wofür es ebenfalls einen speziellen Modus gibt. Der ist dann für den niedrigen Lampenmodus optimiert und bewirkt insgesamt eine etwas matte, gedeckte Farbwiedergabe. Selbstverständlich ohne zusätzlichen Farbfilter für den erweiterten Bereich. Dafür muss man dann schon den Filmmodus nehmen. Im Übrigen, wo wir gerade schon von erweitert sprechen, der X90 wie auch der X70, die sind beide in der Lage, jetzt nicht nur für Film-Kinoanwendungen, sondern insbesondere auch für Hobbyfotografen, ein hervorragendes Bildwiedergabegerät darzustellen, weil der erweiterte Adobe-Farbbereich ebenfalls wiedergegeben werden kann. Das ist ebenfalls eine Besonderheit von dem Projektor. Im Übrigen, wenn Sie den jetzt aus dem Karton rausnehmen und auf die Schnelle mal einen guten Bildeindruck haben wollen, dann empfehle ich nicht den Standard-Bildmodus Cinema, sondern greifen Sie einfach mal hier auf diese Stage-Modi zurück. Denn gerade was Gesichtstöne betrifft, hat man hier im Regelfall die realistischste Darstellung. So, ich gehe jetzt mal wieder hier auf mein User-Preset, welches ich mir optimiert habe, damit wir weitermachen können. Also so viel mal zu den Farben. Einen Punkt habe ich ganz vergessen. Wir haben ja hier noch das wunderbare Blue-Only-Testbild drauf. Das kommt aus dem Profibereich und wird so angewandt, ich starte das jetzt gerade mal, dass man hier mit dieser Farbfilterfolie arbeitet. Wenn ich dadurch schaue, das ist eine spezielle Farbfilterfolie, die mir nur noch einen ganz bestimmten Lichtanteil durchlässt, dann ist im Prinzip die komplette Chrominanz weg. Das heißt, wenn ich hier durchschaue, sehe ich alles nur noch blau. Ich sehe aber nicht alles immer exakt gleich, weil die verschiedene Helligkeit, sprich die Luminanz, die kann ich hierdurch ja immer noch betrachten. Und wenn ich jetzt hier durchsehe, dann müsste ich im Idealfall diese Balken hier als eine zusammenhängende Fläche erkennen. Wenn das nicht so ist, dann muss man über die Farbsättigung beziehungsweise den Gamma-Verlauf nochmal nachregeln. Das ist jetzt hier zum Glück bei dem Projektor nicht der Fall. Den habe ich jetzt schon perfekt eingestellt. Und soviel nur ganz kurz als Tipp für Sie zu Hause. Leider ist diese spezielle Farbfilterfolie nicht ganz günstig, sodass eine entsprechende Test-Suite meist um die 100 Euro kostet. Aber empfehlenswert ist es auf jeden Fall, weil man so nochmal einen sehr schönen Gegencheck machen kann. Und gerade bei BIMON ist es sehr wichtig, weil die im Laufe der Zeit schon teilweise nach 500 Stunden bis zu 20, 25 Prozent an Helligkeit verlieren. Und damit können Sie sehr einfach und schnell das Ganze nochmal ein bisschen nachjustieren beziehungsweise eben überhaupt mal überprüfen. So, kommen wir jetzt mal zum Bereich der Helligkeitsabstufung beziehungsweise der Grau- und Schwarz-Wiedergabe. Da gehe ich hier auf ein ebenfalls sehr anspruchsvolles Testbild mit 256 Grautreppen, die hier voneinander differenziert dargestellt werden müssen. Und erfreulicherweise ist das hier fast schon in Perfektion der Fall. Wenn man jetzt im ganz rechten Bereich davon absieht, dass ich hier zwischen 0 und minus 3, zumindest jetzt von meinem Sitzplatz aus, nicht alles perfekt differenzieren kann. Aber ansonsten muss man ganz klar sagen, bis rüber im weißen Helligkeitsbereich habe ich jetzt hier eine komplette Durchzeichnung. Ich kann jeden einzelnen kleinen Balken beziehungsweise jedes Quadrat erkennen. Und das zeigt mir, dass der Beamer sehr viel Differenzierung auch in der so diffizilen Schwarz-Grau-Abstufung hat. Und das Schöne bei sämtlichen aktuellen JVC-Projektoren ist der Umstand, dass hier nicht mit irgendwelchen Tricks gearbeitet wird, was die Blende betrifft. Sprich, man stellt sich einmal die Blende ein. Es gibt im Prinzip, wobei man muss genau sagen, es gibt zwei Blenden. Aber man stellt einmal die Einstellung für die gewünschte Gesamtblendenöffnung ein und hat dann einen Schwarzwert und eine Blende, die nicht die ganze Zeit dynamisch hochpumpt oder eben dann wieder etwas schwächer wird. Und das kann man hier sehr schön mit einem anderen Testbild überprüfen. Und das ist einer der größten Vorteile der aktuellen Projektoren hier, dass die halt eben einen sehr guten In-Bild-Kontrast zwischen Schwarz und Weiß liefern. Also wenn Sie jetzt eine Szene anschauen, die im Weltraum spielt, da ist für gewöhnlich ja alles schwarz. Da kann fast jeder Beamer ein entsprechend dunkles Bild liefern. Nur in dem Moment, wenn Sie dann zum Beispiel ein sehr helles Bildelement haben, zum Beispiel eine Sonne oder irgendein Planeten, dann neigen viele Projektoren, also alle mit einer dynamischen Iris-Steuerung dazu, das Weltraumbild dann im Hintergrund sehr hell darzustellen, um den Kontrast zu generieren, damit dann der Planet eben dargestellt wird. Und das macht der JVC nicht. Der hat immer einen gleichbleibenden Schwarz-Weiß-Kontrast. Das kann man hier mit dem Contrast-Variance-Testbild sehr gut checken. Hier haben wir jetzt das Maximal-Schwarz, was bei dem Projektor, da kommen wir nachher noch drauf, eine Absolutreferenz darstellt, welche ich noch nie irgendwo auch nur ansatzweise besser gesehen habe. Da ist er auch sogar noch mal ein Tickchen besser als der Vorgänger. Allerdings muss man dann hier beachten, der Projektor muss kalibriert sein, damit man das erkennen kann. Da war der Vorgänger schon auf einem guten Niveau. Und Sie sehen jetzt hier im Hintergrund immer verschiedene Verhältnisse von Schwarz-Weiß-Flächen. Und da bleibt eben immer die Farbe Schwarz gleich, egal ob das jetzt viel Weiß oder wenig Weiß ist. Und das ist einer der größten Vorteile von dem Projektor. So, nachdem ich mich jetzt hier ein paar Mal wiederholt habe, sollte das hoffentlich klar sein. Aber ich denke, man erkennt das sehr gut. Und das ist auch mir relativ wichtig, das vom Verständnis rüberzubringen, was eben hier an Vorteilen geboten wird. Jetzt wird es richtig spannend, denn wir kommen zu einer weiteren Königsdisziplin, nämlich der Bildschärfe, die ja ganz speziell jetzt hier bei dem X90 sehr im Blickfeld steht, weil gerade durch die 4K-Darstellung verspricht der Projektor ja dann doch einiges. Ich habe jetzt hier ein spezielles Schärfetestbild vorbereitet, doch bevor wir da reinsteigen, schalte ich erstmal die 4K-Darstellung aus, um die Grundschärfe zu überprüfen. Zu dem Zweck, ich weiß nicht, ob Sie das schon wussten, aber auf der Fernbedienung einfach rechts-links, rechts-links drücken, dann erscheint dieses kleine Symbol oben, Demo an. Demo bedeutet Demo für die 4K-Interpolation. Wenn ich jetzt nochmal auf rechts stelle, dann schalte ich den Projektor, oder auf links, dann schalte ich den Projektor um und jetzt steht oben Demo aus, sprich, wir haben jetzt die native Full-HD-Darstellung ohne aktiviertes 4K-Shifting. So, ich hüpfe jetzt mal hier unten in den Sharpness-Bereich rein. Und so viel kann ich jetzt schon sagen, während der Blu-Ray-Player lädt, die Schärfe des Projektors ist ebenfalls, ich möchte nicht immer mit Superlativen um mich schmeißen, aber man muss die schon wirklich benutzen, die Schärfe ist absolut perfekt. Also unabhängig davon, ob wir jetzt hier diese Diagonallinien betrachten, wo man die Pixel-Raster erkennen kann, oder horizontal, vertikal oder hier oben diese Schachbrettmuster, das bildet der Projektor knackscharf ab und erfreulicherweise nicht nur in der Bildmitte, sondern auch bis in die Ecken hinein. Also da hatten wir vorhin schon mal das Thema von Konvergenz, ist hier überhaupt kein Thema. Da liefert der Beamer absolute Bestleistung. So, jetzt wird es spannend, denn ich aktiviere jetzt mal die 4K-Interpolation und werde zu dem Zweck jetzt mal hier einen Zoom auf diesen Bereich vornehmen, also hier diese Diagonaltreppen. Achtung! Und ich denke, das spricht doch ganz klare Worte. Man erkennt hier sofort, welchen Sinn hinter der 4K-Interpolation steckt. Das Bild wird nicht unbedingt schärfer, aber wesentlich flüssiger und harmonischer in der Darstellung von eben solchen vertikalen Linien. Wie sich das dann das Ganze genau auf die einzelnen Realbilder auswirkt, das können wir uns jetzt dann auch nachher nochmal in den verschiedenen, ja ich sage jetzt mal, Filmmaterialien oder Videospielen nochmal im Detail anschauen. Aber so viel jetzt mal fürs Erste. Ich bin jetzt mittlerweile umgezogen, denn ich musste zwischenzeitlich das Notebook anstecken, entsprechend konfigurieren, denn wir werden uns jetzt mit der Bewegtbildwiedergabe befassen, um insbesondere die Funktion des Clear Motion Drive vorzustellen und zu testen. Beim Clear Motion Drive, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, da steht die Optimierung der Bewegtbildwiedergabe im Vordergrund, nämlich durch hinzugefügte, also hinzugerechnete Zwischenbilder. Und wie das genau funktioniert, das kann ich hervorragend mit dieser Burosch Motion Blur Test Suite testen. Wir nutzen jetzt hier ebenfalls ein Notebook mit einer Full-HD-Zuspielung. Ich gehe mit 60 Hertz in den Projektor rein. Wir werden dann jetzt hier dann gleich einen Pendel schwingen lassen mit verschiedenen Geschwindigkeiten und da können wir dann einwandfrei ablesen, inwiefern der Projektor hiermit zurechtkommt in der Standardeinstellung und was man da eben noch besser machen kann durch Aktivieren der verschiedenen Clear Motion Drive Modi. Wir fangen jetzt mal hiermit an. Insgesamt bietet der JVC DLA-X90 fünf verschiedene Clear Motion Drive Modi zur Zwischenbildberechnung. Die werde ich Ihnen jetzt im Einzelfall kurz vorstellen, wobei es dann in der Praxis wirklich auf die Modi 3 und 4 hinausläuft, die für uns überhaupt relevant sind. Aber bevor ich da jetzt kurz einen technischen Vortrag halte, gucken wir es uns einfach in der Praxis an. Wie gesagt, wir spielen jetzt per PC zu Full-HD mit 60 Hertz. Das überspringen wir jetzt mal kurz. Und hier sind wir dann auch schon. Ich werde das Pendel jetzt mal verlangsamen. Und wir sind jetzt hier ohne Clear Motion Drive unterwegs. Es sieht jetzt deswegen relativ flüssig aus, weil wir hier mit 60 Hertz Material arbeiten. Ich kann mal ganz kurz zum Vergleich auf 24 Frames runtergehen und dann dürften wir jetzt dann hoffentlich auch schon in dem Video sehen, dass das Pendel ziemlich ruckelt. Und genau, um dem entgegenzuwirken, haben wir die Clear Motion Drive Modi. Ich schalte den ersten jetzt einmal ein. Hier wird jetzt ein schwarzes Zwischenbild zwischen den Original Frames hinzugefügt. Das hat jetzt wenig Auswirkungen, wenig bis gar keine Auswirkungen auf die Flüssigkeit des Pendels. Das Bild wird einfach nur etwas dunkler und es flimmert. Noch intensiver haben wir diesen Effekt im Clear Motion Drive Modus Nummer 2, bei dem dann zwei bzw. mehrere Schwarzbilder zwischen die Original Frames reingeschoben werden. Also für die Praxis relativ unrelevant. Interessant wird es jetzt hier im Modus 3. Hier haben wir ein hinzugefügtes Zwischenbild zwischen unseren Original Frames. Und jetzt müsste man dann hoffentlich auch nachher auf dem Video erkennen, dass das Pendel doch durchaus etwas flüssiger läuft. Allerdings mit dem Nachteil, da will ich jetzt mal hier kurz mit der Kamera hinzoomen, dass wir eben Artefakte haben. Die sieht man hier im oberen Bereich relativ deutlich. Und das Ganze verstärkt sich dann jetzt nochmal, wenn ich in den Clear Motion Drive Modus 4 gehe, der dann mehrere Zwischenbilder einfügt. Und das ist dann immer die Balance, die man hier für sich finden muss. Möchte man ein flüssig dargestelltes Bild haben, ohne Artefakte oder eben ziemlich originalgetreu, aber mit dem typischen 24p-Ruckel. Wie das dann im Detail noch ausschauen kann, das sehen wir jetzt mal hier kurz mit anderen Testbildern. Ich überspringe die mal kurz. Hier gibt es nämlich ein relativ kritisches Bild. Das sehen wir hier schon. Ich zoome jetzt nochmal etwas näher ran, damit Sie sehen, was hier an Artefakten produziert wird beim Clear Motion Drive. Das ist jetzt Modus 4, der ist zugegebenermaßen am stärksten. Ich werde jetzt nochmal kurz zum Vergleich auf den Clear Motion Drive komplett verzichten. Ja, da sieht man hier, das Bild flackert und flimmert, aber wir haben keine Artefakte. Wie gesagt, es handelt sich hier aber auch um ein sehr provozierendes Testbild, welches jetzt nicht unbedingt für jeden Film eine absolute Referenz darstellt. Aber man kann zumindest mal sehen, was die Technik denn im Grenzbereich wirklich zu leisten vermag. Ich gehe jetzt nochmal auf den Modus Nummer 3. Dauert ein bisschen vom Umschalten. Stufe 1, 2 und 3. So, jetzt werde ich das Ganze mal beschleunigen. Also jetzt arbeiten wir mit 24 Frames und einer Geschwindigkeit von 48 Pixel pro Sekunde. Und Sie sehen, wenn ich das Ganze jetzt hier beschleunige, dann wirkt die Intensität noch größer, was die Artefaktbildung betrifft. Ich zoome jetzt auch hier nochmal rein. Und auch unten bei den gegenläufigen Farbbalken, da haben wir den gleichen Effekt. Und genau deswegen ist diese ganze Bewegungsinterpolation einfach generell noch nicht so richtig perfekt, wenn man eine artefaktfreie Bildwiedergabe haben will. Bei Sony geht es momentan noch ein Stückchen besser, wobei es auch da Artefakte gibt. Das ist okay, was JVC hier liefert, aber wie gesagt, da ist eben noch Luft nach oben. Ich schalte es jetzt nochmal hier aus. Und das sind eben die Artefakte, jetzt gehen wir nochmal mit der Geschwindigkeit ein bisschen runter, die dann dafür sorgen, dass zwar das Bild flüssiger erscheint, aber gerade bei Einblendungen jeglicher Art oder generell gegenläufig bewegenden Bildobjekten. Wenn ein Auto von links nach rechts fährt, während im Vordergrund irgendein Passant vorbeiläuft, dann müssen Sie mal darauf achten. Das sind so typische Sequenzen, in denen solche Bildverbesserer häufig Artefakte einfach verursachen. Den Abschluss unserer Odyssee quer durch die untiefende Burosch-Referenz-Testbilder machen wir jetzt hier mit dem 3D-Testpattern, um den Crosstalk auf synthetische Weise zumindest mal kennenzulernen. Das muss ich mal kurz gucken. Hier einschalten ist von Vorteil. Okay, wenn Sie jetzt hier dieses Bild sehen, dann dürften Sie wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht direkt wissen, worum es geht. Deswegen erkläre ich es ganz kurz. Wir haben jetzt hier letztendlich zwei Farbskalen und in der Mitte einen weißen Bereich. Und im Prinzip ist es relativ einfach, denn dieser weiße Bereich, der auf jeder Seite zu sehen ist, soll jetzt von der Brille weggefiltert werden. Das heißt, der weiße Bereich auf der linken Seite gehört eigentlich zum rechten Bild und entgegengesetzt auf der anderen Seite. Das heißt, ich setze jetzt die Brille auf, halte mir ein Auge zu und betrachte jetzt einfach auf der linken Seite, inwiefern eigentlich das Weiß jetzt komplett verschwunden ist. In meinem Fall jetzt nicht komplett. Wir liegen hier so circa bei 8%. Das heißt, in diesem Segment, wo die 8% verzeichnet sind, da habe ich eine farbliche Deckungsgleichheit zwischen dem eigentlichen Kreis in der Mitte, der im Idealfall schwarz angezeigt werden soll, und den äußeren Ring. Also das heißt, das war jetzt zumindest mal eine relativ schnelle Einordnung, was die Crosstalk-Fähigkeiten betrifft, vom Gerät 8%. Das liegt im Mittelfeld, ist nicht schlecht, aber es gibt natürlich auch Geräte, die hier ein bisschen besser sind. Aber deswegen halte ich das jetzt hier auch relativ kurz. Das ist ein synthetischer Wert, hier jetzt rein mit Schwarz-Weiß-Kontrasten. Gerade was 3D betrifft, da sind die Testbilder generell noch nicht so weit. Da müssen wir uns einfach danach auf den Praxistest verlassen. Aber es ist meine erste Einordnung. Wenn Sie das Thema interessiert, Testbilder und 3D, letztendlich dann auch für die Farbkalibrierung, dann empfehle ich nochmal einen Blick in mein separate Special, wo ich diese Software nochmal ausführlicher vorstelle. Im Übrigen, hier auch noch kurz der Hinweis, wenn Sie jetzt in das Menü reingehen, also logischerweise sollten wir erstmal das 3D-Farbprofil aktivieren, dass das von der Kolorierung wieder passt. Aber wenn Sie ins Menü gehen, dann werden Sie feststellen, dass wir im Bereich Gamma jetzt gar keine eigenen Kurven mehr definieren können. Wir haben lediglich die Auswahl zwischen A und B. Und das wiegt trotzdem nicht ganz so schwer, weil wir dafür hier unten diese Dark-Bright-Level-Korrektur haben, wo ich in den verschiedenen Helligkeitsbereichen dann nochmal Korrekturen vornehmen kann. Und das ist natürlich eine sehr praktische Sache, um dann gerade die so wichtige Schwarz-Kraut-Differenzierung bei den Brillen wieder herzustellen. Man denke da zum Beispiel an den letzten Teil von Harry Potter, der ja wirklich sehr dunkel geraten ist. Und wenn Sie einen Beamer haben, der hier keine perfekte Balance im dunklen Bildbereich bietet, dann können Sie den Film eigentlich komplett abhaken. Und das kann Ihnen mit dem Projektor nicht passieren. Aber da gehen wir nachher nochmal im Praxisteil drauf ein. Und Praxis ist ein gutes Stichwort, denn ich werde mir jetzt hier mein Gamepad schnappen, die Vorstufe umstellen und eine Runde zocken. Und Sie werden daran teilhaben, weil wir nämlich jetzt einfach mal schauen, wie das Gerät unter Praxisbedingungen denn wirklich performt. Das Spiel hat jetzt gleich mehrere visuelle Reize. Zum einen kann man hier durchaus schon mal ein bisschen beurteilen, ob die Farbnatürlichkeit zum Beispiel hier vom Spielfeld mitsamt der Differenzierung auf einem guten Niveau liegt oder ob wir völlig daneben sind. Und wie Sie selber beurteilen können, macht das Ganze hier einen sehr anständigen Eindruck. Also auch der Kontrast im Bild fällt sehr hoch aus, wie man an den weißen Spielern hier gut erkennen kann. Und auch die Rot-Schwarz-Kontraste geben keinen Anlass zur Kritik. Was ich aber eigentlich mit dem Spiel mal zeigen wollte, ich werde jetzt mal hier kurz auf eine andere Szene gehen, drücke jetzt mal auf Pause. Sie sehen jetzt hier diesen Bereich vom Strafraum. Ich habe jetzt momentan die 4K-Darstellung deaktiviert. Und wenn man jetzt hier drauf achtet, wenn man reinzoomt, dann sieht das Ganze natürlich pixelig aus. Das ist ja klar. Wie gesagt, ich bin jetzt mit der Kamera nah dran. Aber ich möchte Ihnen jetzt hier mal den 4K-Effekt an richtigem Material vorführen. Deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, hier mal ein kurzes Standbild rein. Und jetzt schalte ich um auf 4K. Und ich denke, man sieht relativ schnell, dass es hier zwar nicht unbedingt wesentlich mehr Schärfe gibt, aber einfach eine deutlich natürlichere, homogenere Linienführung. Ich schalte jetzt nochmal ein paar Mal hin und her. Und ich denke, dann ist das Prinzip relativ einfach verständlich. Da sieht man es dann doch schon gut, dass man hier durch die 4K-Darstellung einfach ein natürlicheres, softeres Bild hat. Nicht unbedingt mehr Schärfe, aber weniger kantig und dadurch etwas mehr Bildnatürlichkeit. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei Filmen, aber gerade hier dieses Spiel hat sich wegen dieser Diagonallinien recht gut angeboten. Beim zweiten Spielbeispiel, übrigens eines meiner Lieblingsspiele, Dead Space. Da geht es jetzt dann weder um 3D noch um 4K, sondern Dead Space, wer es noch nicht kennt, handelt von einer, ich sage jetzt mal, außerirdischen Invasion auf einer Raumstation, beziehungsweise auf einem Raumschiff. Na, muss man richtig sagen, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Und da gibt es naturgemäß relativ viel dunkle Ecken. Und das Spiel bezieht seinen Reiz einfach aus dieser typischen düsteren Atmosphäre, wenn ich dann mal hier den Spielstand geladen habe. Ja, und genau das muss ein Beamer auch umsetzen können. Denn wenn der Schwarzwert nicht passen würde, beziehungsweise die Kontrastabstufung, dann haben wir entweder ein Spiel, welches dann eben komplett irgendwo absäuft, wo ich überhaupt nichts erkenne, wo ist die Wand, wo ist der Gang. Oder im anderen Fall macht es überhaupt keinen Spaß, weil keine Bildtiefe entsteht. Und ich werde jetzt hier gerade mal ein neues Spiel für Sie hier anfangen. Und gut, hier diesen Schwarzbalken, den braucht man nicht. Da hatten wir vorher mit den Referenzbildern von Burosch etwas besseres Material. Ja, und jetzt lasse ich Sie einfach mal für zwei bis drei Minuten alleine, damit Sie mal weniger das Spiel kennenlernen, aber einfach nochmal ein paar Eindrücke vom Beamer bekommen. Und ich spule dann ein Stück weiter vor in das eigentliche Spielgeschehen. Und dann werde ich das Ganze nochmal kurz kommentieren. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei tausend Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns darunter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Länge gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark. Das Feld ist zu stark. Also, nach unserer erfolgreichen Bruchlandung sind wir jetzt also hier auf der USS Ishimura angekommen mit unserem JVC DLA-X90 im Gepäck. Und ja, jetzt können wir hier mal ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Hier sind noch keine Monster, also laufe ich jetzt nicht in Gefahr, hier gleich Game Over oder so zu lesen. Man sieht jetzt schon relativ schön, dass wir wirklich eine enorm tiefe Bildwirkung haben. Und der enorme Schwarzwert vom Beamer, den wir vorhin schon in den synthetischen Testbildern gesehen haben, der bestätigt sich hier eindrucksvoll. Also, wir haben eine exzellente Differenzierung, auch hier hinten, was diese ganzen verschiedenen Strukturen vom Gebäude betrifft. Ich laufe jetzt hier mal ein bisschen rum. Das Einzige, was man bei dem Beamer noch ein bisschen besser machen könnte, wäre die Bewegungsstabilität. Wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen hin und her schwenke, dann ist das zwar wirklich sehr hochklassig, aber ich bin da ein bisschen verwöhnt. Ich weiß, dass es noch ein bisschen besser geht. Übrigens auch bei dem Projektor, weil ich hatte den X7 in der Cinemike-Edition, der nochmal überarbeitet ist, und auch den SIM 2 habe ich entsprechend updaten lassen. Und gerade da wirkten sich die Modifikationen ein bisschen aus. Also da geht es noch ein bisschen besser. Im Übrigen auch noch da ganz kurz der Hinweis, wenn Sie sich dafür interessieren, den Projektor noch modifizieren zu lassen, dann werfen Sie einfach mal einen Blick auf meine eigene Homepage. Da habe ich mich dem Thema dann nochmal gewidmet. Aber bleiben wir jetzt hier beim X90 mit seinem exzellenten Schwarzwert, mit seinem hervorragenden Kontrast. Das sieht man dann zum Beispiel auch hier sehr schön, wenn man jetzt hier in das Gebäude reingeht. Da haben wir hier oben diese kleinen Anzeigen und die werden einwandfrei dargestellt, stechen sehr stark heraus. Das ganze Bild wirkt nicht abgesoftet. Auch jetzt, wenn wir hier reingehen und diese ganzen Neonröhren einschalten. Das ist also hervorragend umgesetzt, wie auch hier diese gesamte Differenzierung. Also da merkt man einfach, dass der Beamer einen riesen Vorteil hat. Erstens, was das generelle Kontrastvermögen betrifft, was die Bildtiefe betrifft durch den hervorragenden Schwarzwert, aber eben auch die hervorragenden Abstufungen. Und auch wieder hier Bildschärfe, das ist auch wieder ein Thema. Die liegt generell sehr hoch und wenn man dann das 4K aktiviert, dann hat man das Ganze etwas gesoftet. Einen sehr natürlichen Look, ohne dass es unscharf wirkt, aber es ist dann halt einfach noch ein Tickchen authentischer. Ja, also so viel mal zu Dead Space 2, damit Sie mal ein bisschen einen Eindruck kriegen, was den hervorragenden Schwarzwert und die generelle Helligkeitsabstufung betrifft. Als letztes Beispiel aus dem Bereich Spiele habe ich gerade eben, wie Sie gesehen haben, Crysis 2 ins Laufwerk reingelegt. Jetzt werden wir nochmal die 3D-Features testen. Entsprechende Brille liegt ja schon bereit. Ich muss jetzt nur noch umschalten. Crysis 2 kann auf der Xbox 360 richtig stereokopisch wiedergegeben werden. Ich muss lediglich den Beamer dafür auf die Side-by-Side-Darstellung umschalten. Wir haben dann zwar effektiv bloß ein HD-Ready-Bild, aber was die generelle 3D-Qualität betrifft, gerade in Bezug auf Ghosting und Farbbalance, tut das der Sache keinen Abbruch. Jetzt habe ich hier zu viel Auswahl. Hier habe ich es jetzt so. Also steigen wir mal ein. Also wir sind jetzt hier mitten im Spiel drin, in irgendeinem Level. Keine Ahnung, habe ich mir jetzt gerade irgendeinen Spielstand geschnappt. Bevor wir jetzt hier auf 3D gehen, vermittle ich Ihnen erst mal ein paar generelle Eindrücke, wie hier so die grafische Qualität einzuordnen ist. Also das Spiel ist jetzt nicht unbedingt extrem auflösend. Jetzt muss ich nochmal kurz leiser schalten. Es kommt auf dem PC ein bisschen besser rüber. Aber jetzt nehmen wir halt hier mal die Xbox-Version. Hier ist es jetzt halt leichter zum Durchspielen. Auf dem PC hat man wieder 3D-TV-Play mit den ganzen Treiber-Optionen und hier ist es etwas einfacher. Ja, also so schaut das Spiel dann tatsächlich aus. Und gerade hier in dem Level mit dieser Weitsicht, da können wir jetzt eigentlich das 3D sehr schön testen. Zu dem Zweck gehe ich jetzt mal ins Menü, Settings, dann haben wir hier die 3D-Options. Jetzt kommt die schöne Warnung, Stereo, 3D aktiviert. Und jetzt muss ich nur noch beim Projektor, wo es jetzt übrigens auch eine wunderbare Direkt-Taste gibt, im Gegensatz zum Vorgänger, bloß noch auf 3D-Format drücken, bis oben Side-by-Side angezeigt wird. Und dann haben wir schon 3D. Ja gut, außerdem wäre es von Vorteil, das habe ich vorhin schon erwähnt, jetzt noch hier das 3D-Farbprofil zu aktivieren. Jetzt kommt die Brille ins Spiel, die sollte man auch einschalten. Ja, ist schon passiert. Ja, dann gucken wir doch mal, was jetzt bei rauskommt. Also, 3D-Effekt grundsätzlich ist vorhanden, das ist ja schon mal sehr gut, aber das muss ich gleich direkt loswerden. Das Maß an Ghosting mit dem Projektor, ich habe natürlich schon vorher ein paar 3D-Filme geschaut, ist nicht gut. Hier hinten zum Beispiel die Brücke, die sehe ich jetzt doppelt. Also nicht die Brücke selber, aber oben diesen Pfeiler, der da so rausragt. Also gerade in hellen Bildbereichen in der Praxis ist das Ghosting durchaus grenzwertig und relativ hoch. Die Farbbalance, also sprich, wenn ich durch die Brille schaue, ich zeige Ihnen den Effekt jetzt mal kurz hier an der Kamera. Die Farbbalance ist hervorragend. Also man merkt, dass der X90 mehr Helligkeit mitbringt. Auch die Farbdarstellung durch die Brille funktioniert sehr gut. Und gerade durch diese Dark-Bright-Korrektur, die ich vorhin kurz erwähnt habe, kann man das hervorragend anpassen. Auch die Differenzierung in dunklen Bereichen, was man zum Beispiel hier bei dem Spiel auch sehr gut gebrauchen kann. Das ist alles hervorragend, genau wie auch die effektive Bildschärfe, die durch die Brille realisiert wird. Aber das Ghosting ist einfach relativ hoch. Und ich schätze, es liegt daran, dass die Schwarzpausen zwischen dem Umschalten der jeweiligen Augen schlichtweg zu kurz geraten sind. Somit hat man mehr Helligkeit, aber halt eine schlechtere Trennung zwischen den verschiedenen Bildern. Und das generiert dann relativ starkes Ghosting. Ich habe jetzt leider nicht mehr die alte Firmware drauf, beziehungsweise zur Hand, sonst würde ich nochmal gerne gegenchecken. Ich hatte den Eindruck, dass es mit der vorherigen Firmware etwas besser war. Die hatte dafür viele andere Probleme. Also es bleibt zu hoffen, dass JVC hier noch etwas nachliefert, beziehungsweise nachbessert. In dem Moment, wo wir jetzt gerade hier sind, kann ich natürlich ins Menü reingehen und hier diese Crosstalk-Kompensation aufrufen. Die versteckt sich hier im Bereich 3D-Einstellung. Dann kann ich jetzt hier die Parallaxen definieren. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt die Parallaxen so ändere, dass ich jetzt zum Beispiel hier im Vordergrund kein Ghosting habe. Also in dem Fall jetzt bei mir der Torbogen hier. Der wird jetzt einwandfrei dargestellt. Ich klicke jetzt mal hier das Menü wieder weg. Jetzt ist das Ghosting perfekt, beziehungsweise es ist überhaupt kein Ghosting vorhanden. Also die Waffe bildet sich genauso scharf ab wie hinten die Brücke oder wie jetzt der Torbogen. Wenn ich jetzt allerdings hier mal nur so ganz leicht ums Eck schaue, dann habe ich jetzt schon wieder andere Ghosting-Probleme. Wie zum Beispiel hier einzelne, jetzt wird auch noch auf mich geschossen, wie hier einzelne Brückenpfeiler. Und das ist das große Problem. Deswegen bringt mir die Crosstalk-Kompensation in der Praxis gar nichts, weil sie immer nur für ein einzelnes Bild funktioniert. Dann müsste praktisch für jede Szene das Ganze nachregeln und jede tiefen Ebene selber nochmal optimieren. Aber genau das ist das Problem. Habe ich vorne kein Ghosting, dann habe ich es hinten. Also das ist leider ein generelles Problem. Jetzt hier von dem Projektor in der aktuellen Software-Version, obwohl die grundsätzliche Anlage sehr gut ist. Also wie gesagt, Farbe, Helligkeit, Kontrast und Bildschärfe auch. In dem Fall muss ich allerdings dann doch noch an einem weiteren Punkt Kritik üben, nämlich die Brille selbst. Die ist zwar wirklich sehr bequem und leicht, aber das Blickfeld ist viel zu klein, zumindest für meinen Geschmack. Wenn ich jetzt hier bei mir vor der Leinwand sitze und diese Sitzposition habe, dann passt das. Wenn ich den Kopf jetzt allerdings nur so leicht schwenke, dann komme ich sofort mit dem unteren oder oberen Bildrahmen direkt ins Bild. Also ich muss wirklich wie fest zementiert da sitzen, damit ich, also so zum Beispiel fehlt mir das halbe Bild unten. Und das war mit den alten Brillen besser. Und im Übrigen ist mir aufgefallen, dass die alten Brillen interessanterweise sowieso die etwas bessere Bildqualität haben. Also hier habe ich den Eindruck, dass etwas weniger Helligkeit durchgelassen wird, aber dafür noch ein Tickchen weniger Ghosting entsteht, während auch der Kontrast etwas höher liegt. Das sind zwar nur Nuancen, aber die Tendenz geht ganz klar, dass die alten Brillen in Bezug auf die Bildqualität besser waren und die neuen halt hier eben ihre Vorteile bei der Ergonomie und der Bildhelligkeit haben. Wobei ich persönlich auch ehrlich sage, dass ich kein Freund davon bin, hier irgendwelche Akkus einzusetzen, denn wenn ich Kundenvorführungen habe, dann konnte man früher einfach mal die Batterie tauschen. Die kostet einen Euro und dann hat man wieder eine volle Brille, während man hier jedes Mal daran denken muss, das Teil an irgendeinem PC anzuschließen und stundenlang über USB aufzuladen. Aber gut, das ist Geschmackssache. Möchte ich jetzt nicht in die Wertung einfließen lassen, das ist nur meine persönliche Erfahrung. Ja, also soviel jetzt mal hier zu Crysis 2 und meinen Eindrücken, was Spiele und 3D betrifft. Und damit wir jetzt dann noch etwas näher an die eigentliche Praxis rankommen, für die der Projektor gemacht ist, nämlich sprich für Filme, habe ich jetzt mal was entsprechendes vorbereitet. Ja, unser erster Titel ist hinlänglich bekannt, genauso wie übrigens auch sein Hauptdarsteller. Und das Schöne an Terminator 3 ist der Umstand, dass wir hier relativ natürliche Farben haben. Also der ist jetzt nicht so stark verfremdet und das sieht man hier sehr schön an den Sequenzen. Also Gesichter sind zwar nur kurz zu sehen, aber man merkt hier dann doch, der Beamer hat keinen poppigen Effekt, keine poppige Darstellung. Wir haben auch hier wieder einen sehr hohen Kontrast. Der Schwarzwert, der jetzt hier zwar nicht primär abgefragt wird, der aber immer vorhanden ist, gibt dem Bild auch hier sehr viel Tiefe, sehr viel Struktur. Es wirkt auch so schon plastisch, ohne dass man 3D schauen. Und bei den ganzen Effekten, die hier dann noch zu sehen sind, zeigt sich eine hervorragende Bilddynamik. Bildschärfe steht jetzt hier nicht so im Vordergrund, das werden wir dann gleich nochmal betrachten. Aber diese 4K-Interpolation, die bewirkt auch hier wieder ein sehr viel natürlicheres, softeres Bild. Aber nicht im Negativen, sondern halt einfach eine Abnahme dieser typischen Digitalwirkung. Wir haben ja auch keinen Screen-Door-Effekt, sondern einfach eine sehr homogene, natürlich wirkende Projektion. So, und als zweites werde ich jetzt mal den Film wechseln und auf den Animationsfilm wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen gehen. Der Film mag zwar sicherlich etwas unscheinbar wirken und hat auch zugegebenermaßen einen leicht albernen Namen. Aber er ist technisch höchst anspruchsvoll. Zum einen in rein akustischer Form. Schauen Sie sich mal die ersten 2-3 Kapitel an, was das Zusammenspiel zwischen Musik, Sprachwiedergabe, Feindynamik betrifft. Wirklich exzellent gemacht. Aber gut, das ist jetzt ja hier kein Lautsprechertest. Wir befassen uns ja mit dem Bild. Aber auch da sind die ersten Kapitel höchst interessant. Weil am Anfang die Geschichte dieser Stadt erzählt wird und da mit sehr vielen Grauelementen gearbeitet wird. Und genau das muss ein Projektor erstmal so gut umsetzen können, wie hier dieser X90. Also da zeigt sich, dass er genau dieses feine Gespür für die Abstufungen mitbringt, die wir vorher schon bei den synthetischen Burosch-Testbildern gesehen haben. Und richtig interessant ist, da gehe ich mal kurz hin, ich glaube das war Kapitel 5, nämlich genau dort, wo dieser Burgerregen einsetzt. Da ist dann wirklich Kontrast und Helligkeit gefragt, damit genau dieser Wow-Effekt eintreten soll, den die ganzen Protagonisten auf der Leinwand ebenfalls verspüren. Und genau das macht der Projektor in einer exzellenten Weise. Allerdings, und das ist echt interessant, ist es Geschmackssache, ob einem hier bei diesem Animationsfilm die 4K-Interpolation wirklich besser gefällt als die native Full-HD-Darstellung. Das Bild wirkt softer, das hat mir bei Terminator sehr gut gefallen. Aber meiner Meinung nach darf ein Animationsfilm dann durchaus etwas körniger, etwas schärfer wirken. Aber das ist Geschmackssache, man kann es ja umstellen, insgesamt verdient der Projektor für seine Preisklasse, was die 2D-Funktionalität betrifft, die Schulnote 1. Wenn ich jetzt auf den 3D-Betrieb umschalte, kann ich jetzt nicht, weil ich den falschen Player dafür habe, aber grundsätzlich in 3D merkt man auch hier wieder, dass der Beamer in seinen Grundbildparametern ebenfalls Bestnoten verdient. Was die, ähnlich wie bei einem Computerspiel vorher, also was Bildschärfe, Helligkeit, Kontrast etc. betrifft, auch die Bildplastizität, wenn hier diese ganzen Burger oder anderen leckeren Sachen vom Himmel runterkommen, da schafft der Beamer eine immense Bildtiefe. Das ist alles anwandfrei, eben mit Ausnahme vom Thema Ghosting, sodass wir hoffen, dass es da besser wird. Merkt man hier übrigens auch sehr schön, da gibt es viele Szenen, die eine sehr große Bildtiefe besitzen. Und selbst wenn Sie hier mit dem Crosstalk-Kompensator arbeiten, dann verschieben Sie immer die Crosstalk-Probleme vom Vorder in den Hintergrund oder umgekehrt. Das ist halt einfach momentan noch das große Manko, was hier die 3D-Funktionalität betrifft. Ja, ziehen wir ein Schlussfazit drunter. Also der X90 begeistert A natürlich durch seinen unerreichten Schwarzwert, B durch die hervorragende Konvergenz und Geometrie, die geboten wird. Dann haben wir noch den sehr hohen dynamischen Kontrast im Bild. Die Bildstabilität ist auf einem hohen Niveau, die geht noch ein bisschen besser. Aber auch hier muss man ganz klar sagen, 10.000 Euro ist viel Geld, aber bei Beamer geht es noch deutlich höher. Und in Relation zu dem positioniert sich der X90 hervorragend. Man merkt natürlich, wenn ich jetzt hier zum Vergleich den SIM 2 noch einschalten würde, dass der allein schon durch seine bessere Objektivqualität noch etwas mehr Bildschärfe rauskitzelt. Und gerade im Bereich von Hauttönen oder generell im hellen Bereich Richtung Orange und Gelb da noch mehr differenziert. Aber die Unterschiede sind nicht so groß, wie man es aufgrund der Preisdifferenz denken könnte. Ja, also so viel von mir jetzt zu den Praxiseigenschaften vom Projektor. Und ich hoffe, dass Ihnen diese Form der Berichterstattung auch wirklich geholfen hat, sich einen Eindruck der Bildqualität zu vermitteln. Ganz ehrlich, ich bin vom X90 ein ganz klein bisschen enttäuscht. Denn ich habe mir das Gerät eigentlich nur für 3D-Wiedergabe gekauft, für Vorführungen. Und genau da hat es jetzt just seine größte Schwäche. Denn trotz aller Beteuerungen und potenziellen Verbesserungen, ich werde mit den Brillen nicht so richtig glücklich. Das habe ich ja gerade eben auch schon mal erwähnt. Und speziell das Ghosting ist wirklich grenzwertig. Es bleibt wirklich zu hoffen, dass JVC das irgendwie noch in den Griff kriegt. Und wenn dem so ist, wenn eine neue Firmware da irgendwie noch ein bisschen was verbessert, dann werde ich das selbstverständlich nachträglich auch noch mal hier unten in den Testbericht einblenden. Denn schließlich möchte ich ja auch fair sein und dann gegebenenfalls Entwarnung geben. Alles andere beim X90 ist hingegen exzellent. Also der Projektor ist im 2D-Betrieb und auch in Bezug auf seine Ausstattung die Messlatte in diesem Preissegment. Speziell Schwarzwert, Kontrast und Bildschärfe. Da kenne ich kein Gerät bis für ca. 15.000 Euro, welches hier überhaupt auf dem gleichen Niveau, geschweige denn besser ist. Und die 4K-Technologie hat sich hier nicht als Marketing-Gag erwiesen, wie man es halt oft sonst in der Branche kennt, sondern das ist wirklich ein sehr nützliches Feature, welches das Bild enorm aufwertet, ohne irgendwelche Nachteile zu generieren. Und deswegen hat der Projektor eine Sonderstellung und ist in dem Sinne eigentlich konkurrenzlos. Auch wenn man mit einbezieht, dass es unabhängig von dieser 4K-Technologie kein anderes Gerät gibt, welches für 10.000 Euro solch eine Bildqualität auf ihrer Leinwand zaubert. Wenn man jetzt mal von dem verbesserungswürdigen Clear Motion Drive, also der Bewegungsinterpolation, absieht, die bei Sony momentan ein ganzes Stückchen besser geraten ist, dann kann man dem X90 auch noch attestieren, dass seine Ausstattung komplett ist und eigentlich das Wunschlos-Glücklich-Paket mitliefert. Angefangen vom Lens-Memory bis hin zum 2D-3D-Converter oder dem Adobe-Farbraum, dem erweiterten. Also da hat der Projektor schon sehr viel zu bieten. Also mein Fazit, insgesamt sind die 10.000 Euro ihr Geld absolut wert. Der Projektor ist zu einem 3D-Betrieb nicht der absolute Oberbrüller, aber dafür überzeugt er umso mehr, wenn es um 2D-Wiedergabe geht. Und obendrein kommt ja dann noch das komplette Wunschlos-Glücklich-Ausstattungspaket. So viel von mir. Vielen Dank fürs Reinklicken und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal einen Klick riskieren würden. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020